Hallo, das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland natürlich verändert. Auch wenn die FDP zugelegt hat, hat dies eben nicht dazu gereicht, die erfolgreiche Regierung in Düsseldorf fortzusetzen. Dies wird aber keine direkten Konsequenzen für die Regierung in Berlin haben. Ja, wir haben zu Beginn unserer Zeit Fehler gemacht, das wissen wir, und wir haben inzwischen daraus gelernt. Wir sind angetreten, den Politikwechsel in Deutschland zu schaffen, und das steht nach wie vor auf unserer Agenda. Ob es jetzt in der einen oder anderen konkreten Frage Änderungen gibt, wird sich zeigen. Es ist auch richtig, dass wir eine veränderte Bundesratsmehrheit haben werden. Trotzdem gilt, unsere Überzeugungen werden wir behalten, unser Programm wird bleiben, und wir werden weiter dafür sorgen. Und das würde ich auch persönlich als parlamentarischer Staatssekretär tun, dass wir dieses Land zukunftsfähig machen. Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Alles Gute für Sie.